Willkommen zum Online-Kurs Handels- und Gesellschaftsrecht für Steuerfachwirte. In der Klausur Rechnungsresen ist es doch immer wieder so, dass du hier einzelne Fragen gestellt kriegst aus Handelsrecht, aus Gesellschaftsrecht. Was ist beispielsweise ein Kaufmann? Wie ist das mit der Buchführungspflicht von Kaufleuten? Was ist dann insbesondere im Gesellschaftsrecht hier für dich relevant? Wie kann ich die einzelnen Rechtsformen unterscheiden? Was sind also klausurrelevante Positionen der Personengesellschaften, der Kapitalgesellschaften und natürlich der Einzelunternehmung? Also hier Handels- und Gesellschaftsrecht immer wieder drankommt in den einzelnen Prüfungen. Viel Spaß beim Lernen.